Hi! In dieser Session beschäftigen wir uns mit verschiedenen Darstellungen von Notenwerten. Die klassische Schreibweise haben wir schon kennengelernt. Aber öfter als mit Notenheften haben wir es mit Sequencern und Drumcomputern zu tun. Hier wird meist nicht die Notendarstellung verwendet. Wie gibt man Rhythmen in einen typischen Drumcomputer ein? Für die Programmierung von Drumcomputern hat sich eine eigene Notationsweise eingebürgert. Man orientiert sich dabei an einem Raster, das ungefähr so aussieht. Weil der Viervierteltakt in der Popmusik dominiert, prägt er auch die Eingabemaske des Drumcomputers. Die 16 Tasten stellen einen ganzen Takt dar. Die vier Zählzeiten sind grau hinterlegt, die restlichen Noten weiß. Jede Taste repräsentiert also eine 16. Note im Takt. Hier ein Takt in klassischer Notenschrift und hier wie er auf einem Drumcomputer aussieht. Die hell leuchtenden Tasten zeigen an, dass an dieser Stelle eine Note erklingt. Im Vergleich fällt auf, dass jede Note nur eine 16. lang dauert. Die Notenlänge spielt beim Drumcomputer jedoch eine untergeordnete Rolle, weil im Gegensatz zu einem Klavierton beispielsweise eine Snaredrum einfach eine fixe Länge hat. Wichtig ist, wann die Snare angeschlagen wird. Diese exemplarische Eingabemaske für Drumcomputer ist für einen Viervierteltakt mit 16. Raster prädestiniert. Wie man mit derartigen Eingabemasken auch andere Taktarten und Notenwerte erzeugen kann, hängt vom Drumcomputer bzw. der Software ab und soll hier nicht behandelt werden. Wie gibt man Rhythmen in einen typischen Sequencer ein? Für Sequencer-Programme hat sich darüber hinaus auch eine andere Art der Noteneingabe etabliert. Dabei hat man sich an Player-Pianos orientiert. Man kennt diese vielleicht aus Westernfilmen, wenn während der Schlägerei im Saloon das Piano von ganz allein weiterspielt. Die Player-Pianos wurden mit einer Papierrolle gefüttert, auf der die verschiedenen Notenwerte für die einzelnen Tasten eingestanzt gewesen sind. Darum nennt man diese Notationsweise heute noch Piano-Roll. Und das, obwohl man alle möglichen Instrumentenklänge damit notieren kann, nicht nur Klaviere. So sieht eine Piano-Rolle in einem Sequencer-Programm aus. Für jede Taste der Klaviertastatur links gibt es eine Zeile. Und wieder ist die Rasterung auf 16 eingestellt. In der Piano-Rolle kann man auch längere Notenwerte eintragen. Die Länge eines Balkens zeigt an, wie lange die Note auszuhalten ist. Pausen sind immer dann zu halten, wenn keine Note eingezeichnet ist. Aber im Gegensatz zu manchen einfachen Drumcomputern lässt sich bei den Sequencer-Programmen die Rasterung normalerweise immer umstellen. Man kann die Taktart selbst wählen und verändern und für das Grundraster unterschiedliche Notenwerte wie Achtel-, Sechzehntel- oder etwa Achteltriolen wählen. Dadurch ist es auch möglich, komplexere Rhythmen zu programmieren. Üblicherweise werden alle Notenwerte in Sequencer-Programmen mit Brüchen bezeichnet. Es gibt also zum Beispiel auch 1 Zwölftel-Noten. In der klassischen Notenschrift entspricht dies Achteltriolen. 1 Vierundzwanzigste Noten wären dementsprechend Sechzehnteltriolen und so weiter. Wie werden Rhythmen für Schlagzeuger notiert? Nicht nur Maschinen müssen mit Informationen gefüttert werden, auch ein ganz normaler Schlagzeuger braucht Noten. Bisher haben wir in der klassischen Notenschrift nur die Möglichkeit gehabt, eine einzige Linie zu schreiben. Aber ein Schlagzeuger hat zwei Arme und zwei Beine und kann damit mehrere Trommeln und Becken gleichzeitig bedienen. Das schaut dann zum Beispiel so aus. Wir haben gleich fünf Notenlinien, auf und zwischen denen die Noten geschrieben werden. Wo die Notenköpfe mit Kreuzen ersetzt worden sind, weiß der Schlagzeuger, dass er auf dem Becken oder der Hi-Hat spielen soll. Die ausgefüllten Noten sind Trommeln. Die unterste Note stellt die Bassdrum dar, die andere Note mit ausgefülltem Kopf markiert die Schläge der Snaredrum. In Bezug auf den Rhythmus sind Bassdrum, Snaredrum und Hi-Hat bzw. Becken die wichtigsten Elemente des Schlagzeugs. Ihr Zusammenspiel bestimmt maßgeblich den Rhythmus eines Musikstücks. Und die anderen Trommeln und Becken dienen eher der Verzierung dieses Grundrhythmus bzw. um Akzente zu setzen. Schauen wir uns den folgenden Takt an. Ein ganz typischer Beat. Die Figur der Hi-Hat kennen wir schon. Sie spielt zwischen den Schlägen des Grundtaktes und spielt daher Off-Beats. Auch die Figur der Snaredrum hat einen Namen. Sie spielt auf den geraden Schlägen 2 und 4, also genau auf den Schlägen, die nach den typischerweise betonten Schlägen stehen. Das nennt man Backbeat, wörtlich übersetzt Rückschlag. Die Snare schlägt zurück. Die Bassdrum markiert die Schläge 1 und 3. Dabei wird die dritte Zählzeit etwas abgemildert, indem ein weiterer Bassdrumkick folgt. Dieser Rhythmus ist recht einfach und ist weit verbreitet in der Rock- und Popmusik. Schauen wir uns den folgenden Takt an. Es handelt sich um den Grundrhythmus des Cha-Cha-Cha. Das ist ein lateinamerikanischer Tanz. Hier spielt die Snaredrum keinen Backbeat, sondern der Schlagzeugrhythmus passt sich dem Metrum an. Es ist wichtig, dass sich der Drummer auf das Metrum einstellt, sonst wäre der Cha-Cha-Cha wohl kaum als solcher zu erkennen. Und woher sollten die Leute auf der Tanzfläche dann wissen, welchen Tanz sie tanzen sollen? Das Metrum bestimmt nicht nur die Erwartungshaltung, die wir der Musik entgegenbringen, sondern auch, wie die Noten innerhalb des Taktes gruppiert werden. Eine Besonderheit ist diesbezüglich der Sechs-Achtel-Takt. Da 6 sowohl durch 3 als auch durch 2 ohne Rest teilbar ist, kann man den Sechs-Achtel-Takt auf zweierlei Arten interpretieren. Als 2x3-Achtel-Noten oder als 3x2-Achtel-Noten. Hier kommt wieder alles auf das Metrum an. Denn beide Versionen hören sich ganz unterschiedlich an. Einmal klingt es eher triolisiert, das andere mal eher wie ein Dreivierteltakt. Das typische Metrum eines Sechs-Achtel-Taktes ist das erste. Man teilt ihn in zwei Dreiergruppen auf. Ein Prinzip, das sich durch die musikalische Notation zieht, ist Faulheit. Das mag vielleicht etwas merkwürdig klingen, angesichts der vielen verschiedenen Regeln, die wir besprechen, aber hat man die Regeln erstmal im Kopf, dann wird es immer leichter von der Hand gehen, Noten aufzuschreiben. Dennoch wird das Notieren Zeit beanspruchen. Und seine Zeit will man zumeist nicht mit dem Aufschreiben von Musik verbringen, sondern viel lieber mit dem Musik machen oder Musik hören. Darum gibt es auch Zeichen in der Notenschrift, die einem einiges an Schreibarbeit abnehmen. Diese Zeichen werden auch Faulänzer oder Abbreviaturen genannt. Die vier schrägen Striche im ersten Takt weisen den Schlagzeuger an, sich einen eigenen Rhythmus im Viervierteltakt zu überlegen. Das an ein Prozentzeichen angelegte Zeichen im zweiten Takt sagt, dass man den vorhergehenden Takt einfach wiederholen soll. Im dritten Takt hat der Faulänzer zwei Striche und sagt daher, dass man die beiden vorhergehenden Takte wiederholen soll. Gerade bei einem Schlagzeugrhythmus ist es sehr oft notwendig, dass ein oder zwei Takte über weitere Strecken einfach wiederholt werden sollen. Und anstatt den Takt jedes Mal wieder schreiben zu müssen, gibt es den praktischen Faulänzer. Das hier Notierte heißt also übersetzt, denke der in den Takt aus, wiederhole ihn, wiederhole beide Takte nochmal und setze dann einen Schlag auf die erste Zählzeit. Wenn nicht nur ein Takt, sondern ein ganzer Abschnitt wiederholt werden soll, dann verwendet man zwei Punkte als Wiederholungszeichen. Einmal am Anfang der zu wiederholenden Passage und am Ende auch. Man wiederholt dann die betreffende Passage einmal und spielt dann ganz normal weiter. Es ist also keine Endlosschleife, sondern nur eine einzige Wiederholung. Soll eine Passage wiederholt werden, aber die abschließenden Takte sich unterscheiden, kann man von der Wolkenklammer Gebrauch machen. Unter der Klammer mit der 1 steht ein Takt. Den spielt man bis zu den Wiederholungszeichen und springt von dort an den Anfang zurück. Kommt man dann wieder zur Wolkenklammer, überspringt man die Takte unter der 1 und springt sofort zu den Takten unter der 2. So bekommt man zwei unterschiedliche Endtakte. In diesem Beispiel kannst du übrigens eine Formate sehen. Das ist der kleine Bogen mit dem Punkt über der letzten Note. Bei einer Formate hält man den Ton an. Die Taktbewegung wird ausgesetzt und man hält für einen Moment inne, bevor es weitergeht. Besondere Aufmerksamkeit verdient auch der Schlussstrich. Er unterscheidet sich von einem normalen Taktstrich, denn er besteht aus zwei Strichen. Der zweite ist etwas dicker als der erste. Und der Schlussstrich zieht tatsächlich einen Schlussstrich, denn mit ihm endet das Musikstück. Nicht nur die Wolkenklammer kann dazu verwendet werden, im Musikstück zu springen. Zum Beispiel findet sich am Ende eines Stückes oft die Anweisung Da Capo al Fine. Dann springt man wieder an den Beginn des Stückes und spielt es bis zum Schluss. Dabei lässt man die Wiederholungen aus. Oder man findet Da Capo al Coda. Dann springt man ebenfalls an den Anfang und spielt, bis man an ein Zeichen kommt, das anzeigt, dass man in die Coda springen soll. Die Coda ist das Nachspiel des Stückes. Dieses Nachspiel ist meist separat etwas abgesetzt am Ende des Stückes notiert. Was aber, wenn man das Stück nicht von Beginn an wiederholen möchte? Dann steht an der betreffenden Stelle DS. DS steht für Dal Segno und bedeutet so viel wie vom Zeichen. Man soll zu diesem Zeichen springen. Von dort spielt man bis zum Ende. Oder es heißt Dal Segno al Coda. Dann springt man zum Dal Segno-Zeichen, spielt bis zum Coda-Zeichen und hängt dann das Nachspiel an. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Wir haben verschiedene rhythmische Notationsweisen kennengelernt. Das Sechzehntel-Raster des Drumcomputers, die Piano-Roll des Sequencers, aber auch die Notenschrift für das Schlagzeug. Gerade der Schlagzeug-Beat muss auf das jeweilige Metrum eingestellt sein. Das haben wir insbesondere am Sechs-Achtel-Takt gesehen, den man unterschiedlich interpretieren kann. Weil Schreibarbeit mühsam ist, gibt es allerlei Abkürzungszeichen. Zum Beispiel den V-Lenzer. Damit werden einzelne Takte wiederholt. Ganze Passagen benötigen die Wiederholungszeichen mit den Doppelpunkten am Anfang und am Ende. Mit der Wolkenklammer kann man sogar unterschiedliche Endtakte festlegen. Eine weitere Art zu wiederholen bieten die Bezeichnungen Dacapo, zum Beginnspringen, und Dalsigno, zum Zeichenspringen. Der Zusatz Alphine bedeutet und dann bis zum Schlussspielen. Der Zusatz Alcoda bedeutet und dann bis zum Coda-Zeichen spielen. Vom Coda-Zeichen aus springt man dann zum Nachspiel. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.